8. Sebastian Er war nun seit vier Tagen unterwegs. Das Auto hatte er im Wald gelassen und war losgelaufen. Den Rucksack auf dem Rücken, die Isomatte und Schlafsack darin verstaut. Ursprünglich hatte er umkehren wollen, als der Regen einsetzte, aber genau da fand er eine Schutzhütte. Sie war groß genug, dass er sogar sein Zelt darin aufstellen konnte. Und sie hatte ihm die Nacht vor dem Regenschutz geboten. Am nächsten Morgen strahlte die Sonne. Der Kompass führte ihn durch eine kleine Stadt und so kaufte er sich etwas zu essen und machte sich in der Tankstelle frisch. Es gab unzählige Geschichten von Menschen, die einfach losgelaufen waren und das Glück gefunden hatten. Er erinnerte sich an einen Mann, der durch halb England gegangen war, einfach so, mit nichts als einem Beutel in der Hand. Oder eine Frau, die losgelaufen und nach Spanien gegangen war, um dort ihr Glück zu finden. So war er auch unterwegs. Und je länger er ging, desto leichter wurde es. Der Schmerz war zwar immer noch da, aber alles andere Tat trat in den Hintergrund. Die Sorgen um die Zukunft wurden stiller. Die Angst vor Diagnosen verflüchtigte sich mit jedem Schritt. Die Adventstage brachten nicht viel Tageslicht und so startete er meist früh. An jeder Kreuzung holte er die Nadel heraus und sie wies ihm sicher den Weg. Er lief einfach drauf los. Er lief und lief. Der Wind kam ihm entgegen und es schien ihm, als ob er die Gedanken mitnehmen würde. Es hatte etwas Meditatives, etwas Beruhigendes, einfach zu gehen, sich über nichts anderes Gedanken zu machen, als über den nächsten Schritt, die nächste Übernachtung, das nächste Essen. Er merkte, dass dies alles Probleme waren, die er lösen konnte. Und das machte ihn zufriedener, trotz der Schmerzen. Manchmal kam die Sorge doch hoch, tauchte die Angst plötzlich wieder aus der Tiefe auf und machte alles trübe. Manchmal war es so, dass ein Gedanke oder ein Klang, eine Szene, eines Liedes, das er im vorbeifahrenden Auto hörte, wie eine Erschütterung wirkte, die alles durcheinanderwirbelte. Dann brauchte es wieder Zeit, bis seine Seele so klar war, dass das Licht hindurch scheinen konnte. Sebastian schmerzten die Füße, er spürte die Kälte. Er seufzte, wenn eine lange Asphaltstraße vor ihm lag, und ärgerte sich, wenn keine Möglichkeit zur Rast zu finden war. Er fluchte über den Regen, aber all das wurde weniger. All das trat zurück hinter den Schritten. Wie weit bin ich bereit zu gehen für meine Heilung? Diese Worte der Frau halten immer noch in seiner Erinnerung nach. Die Sonne ging an diesem Abend blutrot unter, und er hatte noch keinen geschützten Schlafplatz gefunden. Die Kälte war schon schneidend geworden, und als die Sonne verschwand, fielen die Temperaturen weiter. Er wußte, dass die Grenzen seines Schlafsacks langsam erreicht wurden, wenn sich das Wetter nicht änderte. Er fror. So kam er in der Dämmerung an eine Kreuzung. Diesmal ließ ihn die Nadel im Stich. Sie zeigte mal hierhin und mal dorthin. Es war eine einsame Straße, gesäumt von alten Steinmauern. An der Kreuzung standen Ortsnamen, die er nicht kannte. Es war dringend nötig, einen Schlafplatz zu finden. Er brauchte Wasser, und etwas Wärme wäre auch gut. Sein Handy zeigte keine Gasthäuser oder Pensionen der Umgebung. Alle waren zu weit weg. Plötzlich hörte er hinter einer Mauer ein sanftes Bimmeln einer Glocke. Er spähte darüber und sah eine Schafherde, und direkt vor ihm ein weißes Schaf, das fraß. Beim Fressen bewegte sich das kleine Glöckchen an seinem Hals. Manche Schafe hatten sich hingelegt. Sebastian wünschte sich, er hätte auch so ein Fell, das ihn schön warm hielt. Das Schaf mit der Glocke drehte sich weg und lief einen kleinen Hügel hinab. Es blieb immer wieder stehen und schaute sich zu ihm um, als ob ihm sagen wollte, er solle folgen. Sebastian hatte darauf geachtet, eingezäuntes Gelände nicht zu betreten, da er nicht wußte, welche Hunde oder andere Tiere dort sein könnten, aber hier schien alles in Ordnung zu sein. Er sprang über die niedrige Mauer und folgte dem Schaf. Im Tal, mit einem plätscherten Bach, bog es hinter ein paar Bäumen ab, und als Sebastian ihm dahin folgte, fand er einen Stall. Die Türe war offen, sodass die Schafe rein- und rauslaufen konnten. Er betrat den dunklen Schuppen, es roch nicht gut, aber es war geschützt und wärmer als draußen. Er fand einige Strohballen, mit denen er sich ein Lager zurechtmachte, dann wusch er sich im Bach und legte sich hin. Er war nur kurz eingenickt, als er Bewegungen und Geräusche vernahm. Erschrocken fuhr er hoch und sah um sich. Auch die Wesen um ihn erschraken und blökten. Die Schafe waren in den Stall gekommen und hatten sich um ihn herumgelegt. Selbst sein Aufschrecken hatte sie nicht vertrieben. Er hörte den Wind, der um den Stall wehte, und durch die leicht geöffnete Tür sah er in die kalte Nacht. Ein heller Stern funkelte am Himmel. Alles erinnerte plötzlich an Weihnachten. Wie, als ob sich der Vorhang dieser Welt ein Stück zurückzog, sah er plötzlich im Schein der kleinen Lampe eine Frau, die ihr Kind stillte, und ein Mann schlafend in der Ecke. Die Frau sah ihn an und lächelte. Dieser Blick, diese Szene voller Liebe und Geborgenheit berührten sein Herz, und der Schmerz einer unerfüllten Sehnsucht ließ ihn weinen. Es waren nicht viele Tränen, die ihn in den Schlaf begleiteten, aber sie hatten lange darauf gewartet, geweint zu werden.